Ho, hallo, hier sind wir und Bajuk. Es ist uns nicht möglich nach Russland einzureisen aufgrund der Pandemie. Es ist extrem schade. Unsere Freunde warten und wir sind traurig. Plan B kommt nach dem Intro. Unfortunately, it is not possible to travel to Russia because of the Corona disease. We are so sad. Our friends are waiting. We can go. So, what to do? After the Intro, you will see what is Plan B. Plan B. Die Fähre ist gebucht. Wir kommen ins Baltikum. Also, was liegt näher? Wenn wir schon nicht nach Russland kommen, dann reisen wir durch das Baltikum. Wir gucken uns einfach mal alles an, das was uns gefällt und worauf wir Spaß und Lust haben. Auf den Karten haben wir euch diese Punkte, die uns interessieren, markiert. Das ist unsere Reiseroute, die wir uns mal so vorgenommen haben. Natürlich wird mehr dazukommen und einiges wegfallen. Das werden wir dann sehen. Aber es ist halt wieder das Heimat. Und wir werden gucken, ob wir dort viele schöne Sachen entdecken können, die wir euch dann auch in den Videos nahe bringen. Solltet ihr Fragen, Anregungen, Wünsche haben, schreibt es uns doch unten in die Kommentare hinein. Wir werden versuchen, das dann auch in den Bereichen mal zu zeigen und mitzunehmen. In diesem Sinne, viel Spaß mit unserer Reise und lasst uns einen Daumen hoch, wenn es euch gefällt. Hallo zu unseren Englisch-Speaking-Frienden. Plan B. Wir werden uns über die VIA's Home und sehen uns alle die schönsten Plätze, die wir auf den Maps haben. Wenn es gibt, gibt es die Plätze, die wir uns in den Kommentaren sehen. In diesem Sinne, give us a thumbs if you like it and subscribe our channel. So, hope to see you and enjoy our videos. Bye bye. Bis zum nächsten Mal.